guck mal das ding ist ja meine ausrede ist ja immer noch leute ich zocke mit 60 fps ja ich zocke mit 60 fps und bin besser wie es wie mit 300 fps ich check's nicht aber willst du diese ausrede bist du das ende seines lebens benutzen oder was? bro bist du dumm? dieser unterschied ist einfach zu heftig in zehn jahren alle sind auf pc oder sonst was gewechselt stand hier immer noch immer diese scheiß pc spieler ich hab noch nie erlebt dass hier wirklich keine kiste da ist das ist wirklich so ein spot wo eigentlich immer mindestens eine kiste da ist einfach gar keine kiste wenn hier jetzt kein item drin ist ich krieg mit kids man warum krieg ich nie ne waffe man ich hasse das das macht gar keinen spaß mehr ich lande und krieg keine items och in jedem haus wo ich lande sind keine items drin was ist das ich lande nicht mehr in seinem haus sogar da liegt eine pistole am eingang und ich kläre die dächer ab die dächer versteht ihr das ich mache eine tür auf medkit noch eine tür auf super angel medkit super angel angel medkit ange angemeldet geben wir noch wenigstens schild digga alles gut ist papa macht papa belebt mich nicht wieder doch es hat eh keinen sinn doch es hat wirklich keinen sinn ich guck dir zu mach ohne mich da hat einfach gecheckt wohin gehört ja 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 Das war's. Solche Gegner hätte ich auch gern. Esst du bitte Ruhe, ja? Wir sind noch Gegner. Willst du nicht wieder dein Zuhause besuchen? Wie war's eigentlich mit den Gästen? Was hast du denen angeboten? Gab's bei euch was Leckeres? Bro, warum beleidigst du mich? Ich beleidige dich doch nicht. Wer waren die zwei eigentlich? War meine Kumpels. Was hast du denen zum Essen gegeben? Eine Bananenschale? Ey, ich opfere hier mein Leben für SU. Und das passiert, Leute. Ich belebe mich nicht. Das passiert, wenn man für SU da ist wie ein Bruder. Man wird beleidigt. Auf äußerste. Ah. Bro, bist du lebendes, äh, lebendes Schilddrang für die anderen? Bro. Ich werde wieder beleidigt, zwei Leute attackieren mich. Komischerweise mich hat keiner attackiert. Boom, Digga. Komm, beleid mich nicht. Nice. Uh, das war lecker. Man nennt mich auch der, der mit dem Laser tanzt. Checkst du das? Warum baust du nicht eigentlich wieder eine Festung? Es gibt dir noch eine zweite Chance. Es gibt dir wirklich noch eine zweite Chance. Mach's besser. Ja, Leute. Was soll ich machen mit so einem Sandsack hier an meiner Seite? Was soll ich machen? Die liegen noch mehr zu bein. Was gibt's zu leckeres? Die liegen noch mehr zu bein. Ich weiß. Ich weiß, es ist schwierig für mich. Ich probiere das Beste daraus zu machen. Ich weiß, ich wünsche mir einen anderen Mate. Aber, Leute, ich will auch mal schlechten Leuten die Chance geben. Na? Was hat das für ein Leck gerade, lol? Ich seh da, ein SU sehe ich Potenzial, Leute. Sehr, sehr großes Potenzial. Aber er muss das Potenzial auch abrufen können. Und das ist... Wie kann ich es abrufen? Hä? Wie kann ich es lernen abzurufen? Indem du auf meine Anweisungen hörst. Guck mal, Leute. Ich werde nicht mal erinnern, ne? Aber immer wenn ich Anweisungen mache, gewinnen wir komischerweise. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ist das ein Zufall? Oder... Hä? Weiß das einer, ob das ein Zufall ist? Wohin soll ich jetzt? Komm zu mir. Immer bei mir einfach. Halte ich an mich einfach so. Kannst du auf mich dann warten? Ich warte doch nicht auf dich. Wenn du zu langsam bist, bin ich wohl zu schnell. Wie wird man schnell? Man läuft, sprintet. Darf ich das Boot nehmen? Mach doch. Rest in Peace, SU. Guckt euch die so irren an. Guckt euch diesen irren an. Komm einfach jetzt. Komm das Gewinn schnell. Lass jetzt die Runde schnell hochnehmen. Wie viele Kills hast du in SU? Nö. Ich habe noch nichts in dieser Runde gemacht. Das sind jetzt meine ersten Waffen. Ja. Auf Ehre. Das ist nett. Du hast es schon schwer genug im Leben. Sagen wir es mal so. Danke Bro. Alles gut. Danke, dass du wenigstens für mich da bist. Oha, hier steht ein goldes Boot. Oha. Darf ich das mal anfassen? Nee. Das ist für große Jungs, bro. Das ist für große Jungs, bro. Das ist für große Jungs, bro. Ja, ich weiß, was Schott der Munition, aber das reicht, Leute. Acht Schuss heißt Acht Kills. Komm zu mir. Nein, alles. Ich nehme von dir nichts an. Wie soll man ein, wie soll man einen nackten Mann kann man nicht in die Hosentaschen fassen? Ich bin eine nackte Banane. Alles gut. Es war halt dein Rest, den du hast. Mein Rest Müll. Ja. Und warum? Da sind Leute. Das ist schön. Vor mir? Ja. Bro, wir können unten kaputt schießen. Ich bin nicht so schnell wie du. Boah, was haben die da gebaut? Schieß kaputt, schieß kaputt. Boah, was haben die da gebaut? Schieß kaputt, schieß kaputt. Ich bin noch nicht bei dir. Ich bin noch nicht bei dir. Ja. Ich bin noch nicht bei dir. Ist der? Hä? Er ist hier vorne zum Sand von zum Sand? Er ist hier vorne zum Sand von zum Sand? Okay. Er wird Veget man in der Nähe von Kult trotzdem falaest. Und dann wird das auch da so viel ja da sind leute ich muss mich kurz ein zehn sekunden kriegen wir das sind weiß ich nicht dass du kurz war es vor uns direkt stört doch klar da gibt es drei leute ich gehe nahe kam an das land erlebt noch ich schießt die rein der swan brau wird jetzt ist das für ein aim ja brau das ist tatsächlich seit heute so dass du so ein aim hast also es ist egal wenn du wüsstest wie viele hitz ich getroffen habe was ich habe die runterschießen willst du nicht mal hier zeugs mitnehmen hier liegt alle zeugs es brauchst du nicht mal hier heilzeug oder so wo liegt denn was überall hier ach dort ist doch wunderschön ja ich muss mich kurz sein so wie sie sind wie dumm sie sind wenn wir sein dass man da noch nicht kommen ich nehme nur hier ist das mit mehr brauche ich nicht also einfach samstag groß das klappt ja gut siehst du es klappt ja sehr gut muss ja nicht viel machen umso weniger du machst umso weniger schaden kannst du anrichten hier bei mir wo ich kann nicht so schnell immer ich habe gesagt ich habe mich erst muss das mal ein bisschen checken wie schnell ich ein bisschen mal clever spielen verstehst du da musst du mit der epic games anklagen ziehen nein ach so dann renne ich nächstes mal mit 10 hp rein und ok mit denken nächstes mal mit 10 hp rein rennen damit die wieder sich hochheilen mache ich mache ich gar kein problem die bei mir sind auch leute ist bei dir noch einer ne banane hat alles alleine gemacht unter mir sind noch zwei die sind da drinne ich mache schon geil da kann man nicht warum kann man da nicht brauchen diese scheiße einfach wieder ich muss mich heilen die schießen uns runter jetzt rein setzt muss getrennt werden aber ich kann endlich lesern ich muss mich gut sein erhalte ich weiß wie am high ground brauchst du mit geht ja bräuchte aber schon so eine kommt jetzt haben wir die nein ich habe den ein ich komme komme sofort runter renne in die zone ja der typ hat und nach von rechts geguckt hat sich gesehen ich musste dann links lang einzelne alles noch muss rein hallo so was machst du denn da er verliert ich 5 euro er verliert 4 ja